Her und Willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes, Servus man. Heute seht ihr den Kanal von Die Babys Zocken, wie ihr schon seht. Und ich habe da ein Video schon vor zwei Jahren, dass das rauskommt, das habe ich auch schon länger gesehen, das sage ich gleich. Aber ich dachte mir, macht euch mal ein Video, weil ich dir zu viele Sachen sagen kann. Und wie ihr schon das Video hier direkt seht, es geht um dieses Video hier. Her und Willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes, Servus man. Heute seht ihr den Kanal von Die Babys Zocken, wie ihr schon seht. Und ich habe da ein Video schon vor zwei Jahren, dass das rauskommt, das habe ich auch schon länger gesehen, das sage ich gleich. Aber ich dachte mir, ich mache das mal ein Video, weil ich dir zu viele Sachen sagen kann. Und wie ihr schon das Video hier direkt seht, es geht um dieses Video hier. Ich kannte, deswegen mache ich dazu ein Video, weil es dazu eine lustige Geschichte gibt. Und das Haus hat früher meine Oma gehört und der YouTuber Benni, die Babys Zocken, hat das halt natürlich, wie es jetzt klar ist, gekauft. Und ich habe mir halt gedacht, machen wir doch mal eine Reaction drauf, kriege ich ein paar Sachen dazu sagen. Nicht wächst gleich, ich sage jetzt keine privaten Details oder wo das jetzt ist oder was auch immer. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein ins Video. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Benni und ich möchte euch heute mein wunderschönes Haus zeigen. Wir starten hier direkt im Garten. 1400 Quadratmeter, schönste grüne Landschaft. Ja Leute, wo ich halt besonders einen Wert drauf gelegt habe, dass ich echt einen riesengroßen Garten habe. Ich liebe erstens mal die Natur und zweitens mal, ich will einfach eine Ruhe haben und mag dem Garten drum laufen können, wenn ich möchte. Und deshalb wollte ich einfach einen riesenschönen Garten mit vielen grünen Bäumen haben. Ich würde jetzt mal nicht das 100% abämpeln, weil ich war ja dort schon öfters, wenn meine Großeltern und so. Also ja, teilweise ja, aber auch großteils nein. Also würde ich jetzt mal so sagen, dass großteils kannst du auch sehr gut in den Garten blicken, würde ich halt persönlich nur sagen. Nein Leute, Stichwort groß und schön, viel Natur. Jetzt was ich auch habe, eine brutale Hanglage, wo auf jeden Fall irgendwann mal ein Infinity Pool hin soll. Aber momentan zum Mähchen auf jeden Fall eine ganz belastende Nummer. Ja Leute, ich weiß, ihr erwartet euch viel, aber tatsächlich ist das, was ich am meisten feiere, die wunderschöne Aussicht vom Mai. Ja, da schreibe ich zu 100% die Aussicht ist mega geil. So bessere Aussicht kannst du dort nicht haben, das sage ich dir ernsthaft. Im Haus, in die Berge und aufs Wasser. Unglaublich geil. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt hier am Balkon am Start. Da ist auf jeden Fall ein Highlight des Hauses, nämlich ein Kamin, der am Balkon ist. Das ist im oberen Geschoss, sollte das sein, so als im Erdetage, das Geschoss. Da war halt ein Erdgeschoss mit eigentlich Balkon, wenn man es ganz genau sieht, da war auch ein Kamin. Dort hat man ein Groß, so meine Urober, mein Urober hat dort oben gelebt, halt in der Etage. Wir haben uns auf jeden Fall chillen, den Kamin einheizen und einfach das Knistern, genießen und ein bisschen abschalten. Ich feiere das hart. Ansonsten habe ich natürlich hier ein Bett auf jeden Fall am Start und noch ein Bett. Juhu! Natürlich auch. Das Zimmer ist unten, also im Keller, das vermietet worden ist früher, von meinen Uromas. Uroomas, Urooma, Uroopa. Das andere Zimmer kann ich jetzt nicht zuordnen, aus dem Grund, weil es halt einfach der Blick nicht so gut war. Bin ich dir ehrlich. Das ist auch im Keller, das war ein Zimmer, so ein Schlafzimmer, so ein Keller, so ein Schlafzimmer, so ein Keller, so ein Schlafzimmer. Ja Leute, willkommen im Horrorhaus. Das ist die Küche im Erdgeschoss, also da war halt hier rechts, ist die Küche gewesen, wie ihr schon seht. Und hier war halt der Ausgang, so da war die, da ist die Tür hier seitlich, da ist der Weg zum Keller runter. Da war die andere Seite, da war die Schiebetür früher. Ja Leute, ich muss euch wohl... Und einen großen Dachboden, Dachboden gab es auch bis jetzt. Ich habe zwar einen wunderschönen großen Garten und eine traumhafte Aussicht, aber mein Haus sieht natürlich nicht so geil aus, wie das Haus von Monte oder von Ungespielt oder von Standardskill, whatever. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch trotzdem mal mit und zeige euch meine Bude, obwohl das jetzt keine Luxusvilla ist. Okay Leute, ich befinde mich auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Dachboden, der sieht halt aus wie ein Dachboden, ist natürlich, wie man es erkennen kann. Ein Dachboden sieht aus wie ein Dachboden. Diese Argumentation, geile Sache. Erstes ein Neubau, sondern ein etwas älteres Haus, 1978 wurde es errichtet und ja, ich habe mich in das Haus auf jeden Fall verliebt und deshalb habe ich mir das Haus gekauft. Das ist das untere Zimmer, ich meine, das ist der Eingang zum Keller, weil der hat einen separaten Eingang aus dem Grund, weil das vermietet worden ist halt oft. Da ist dort der Aufgang zum oberen Dach, also zum, wie heißt es halt, zum Erdgeschoss hoch. Da rechts konntest du Küche, Sauna, Badezimmer, Schlafzimmer gehen, da links war halt noch so ein Wohnzimmer in der Art. Da war ein Vorraum. Das Haus von drinnen aussieht, ich würde sagen, kommt rein, ich zeige euch meine Bude. Ja, ja, also, der Moment, wenn du eigentlich das Zimmer siehst und weißt, dass du hier auch gepennt hast und da Fernsehen geguckt hast, da gesessen hast, also, diese Momente sind halt geil und da halt gegessen hast, hier gegessen hast und so, es waren halt einfach emotionale, schöne Momente, bin ich da jetzt ehrlich. Das war das Ballzimmer, da war mein Baden, aufs Klo und so. So, und das ist das Wohnzimmer oben gewesen, auch der alte Stuhl von meinem Uropa. Also, da war eine, hier war eine ganze Wand, so, da war wirklich eine Schrankwand, wirklich, das war eine große Schrankwand. Wie ihr schon seht, warte mal, wo war das gerade? Jetzt müssen wir noch hinzu schnell, da war die Küche, das ist die Küche halt hier oben, hier ist nicht die Schübe, wie ich gesagt habe. Also, es war halt ein sehr altmodisches Haus noch, das ist halt einfach so, weil es doch älterer Modell war und auch älter gebaut worden ist, das ist das Ding. Sieht, da ist die Treppe zum Dachboot und da ist zum Balkonhofer waren. Man merkt halt, dass es noch sehr im Bau war, weil, wie ich das letzte Mal da war, war hier der Fußbundalltag drin. Direkt in eine Diele rein, ein Vorzimmer quasi und ich muss sagen, ja, Raum gefällt mir besonders gut, man sieht hier direkt auf die Terrasse raus. Ja, gezeigt, da war schon ein Zimmer mit einem Sportgehalt, Metallhäuser bei meinem Uropa und so. Und da war auch das Badezimmer, dann hat noch andere Zimmer, so Abstellräume und so. Und ja, wie man erkennen kann, Leute, ja, es ist alles noch unfertig, es ist alles noch in der Bauphase. Aber ja, so sieht es aktuell aus, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wie man sieht, ich habe hier den Boden und alles schon rausgerissen. Das war quasi meine Handarbeit, beziehungsweise die Arbeit von mir und ein paar Freunden. Mit dem Fortnite-T-Shirt, Digga. Okay, bevor wir hier in diese Richtung gehen, würde ich sagen, Leute, wir gucken uns die Küche an. Die ist nämlich direkt vom Eingangsbereich hier und wie man erkennen kann, das Teil ist auf jeden Fall auch schon gut in die Jahre gekommen. Ich habe mich aber... Es ist zwar alt, es hat aber Stil, muss man sagen. Digga, der Jim Beale und der Absolut-Modka. Digga, ui, das darf nicht fehlen, aber Digga, die zwei Sachen, die... Und für einen österreichischen Haushalt natürlich zwei Kisten Bier, die auch, wenn sie schon leer sind, ist Pflicht. Also, besser geht's nicht. ...oder anderen Speisen zubereiten kann oder vielleicht auch mal die ein oder anderen Kaltgetränke genießen kann. Ja, ansonsten, wenn man hier von der Küche direkt weiterkommt, kommt man in den Essbereich rein. Da waren, da waren hier, waren halt auch Schränke hier komplett und hier, hier war so eine, wie so eine Uf, nicht so U, direkt, wo man hier war. Hier und hier eine Bank, da der Tisch und halt die zwei Stühle. Und wie man sieht, es fehlt natürlich Absoluts, aber dieser Raum ist so gigantisch groß und das muss ich zugeben, per ich extrem hart. Let's go! Da sieht man, da war der Schrank und da waren halt die Stühle. Du weh, ey, da reißen alles raus. Abriss! Hey! Cool, gut! Äh, nice, nice, Alter, geil! Sehr, sehr wilde Nummer. Ja, das Wohnzimmer ist auch urgroß, weil das ja eigentlich zusammengehängt ist, das Großzimmer. Wenn ihr euch das jetzt anguckt, es ist so unfetter, großer Raum, da soll auf jeden Fall dann auch das Wohnzimmer rein, vielleicht auch noch ein eigener Kamin hier, der am Start ist. Und was auf jeden Fall sein muss, Leute, ich liebe ja kochen. Diese Küche ist auf jeden Fall viel zu klein. Hier die nostalgische Couch von den Vorbesitzern ist auf jeden Fall auch noch am Start. Wenn ihr mehr von mir... Digga, die nostalgische Couch der Vorbesitzer. Digga, einfach meine Oma. Ich gehe raus an meine Oma. Digga, muss los. Wenn ihr nicht wissen wollt, lasst gerne ein Liken auf das Video da. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich ein bisschen was über mein Leben, über mein Haus, euch gegenüber teile und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, Leute, Freunde, haben schon gesagt, das ist das Horrorhaus oder einige sagen auch, es ist eine Droh- und Chucky-Bude. Ah gut, wenn man nach dem Blick jetzt, wie es jetzt in der Zeit ausschauen würde, würde ich um 100% zustimmen. Wo es vorher war, würde ich sagen, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, gut, ich weiß nicht, Leute, wie sieht das für euch aus? Nice. Ich muss natürlich zugeben, es ist noch sehr, sehr unfertig und hier gehört noch einiges gemacht, aber Leute, wie ihr wisst, es kann nicht jeder einfach sofort irgendeine fette Villa oder Bude hinstellen und alles sofort renovieren lassen. Ab und zu muss man natürlich auch mal sparen und warten, bis man wieder mehr Geld hat, um hier dann beim Projekt weiterzumachen. Ja, Leute, auf alle Fälle geht es hier dann weiter. Da war jetzt der Vorraum, dann war es Ballzimmer. Wir haben dann einen Flur mit einem Zwischenraum, wo dann eine Toilette ist und what the fuck, guckt euch mal diese Eingangstür für das Klo an, holy. Wobei sagt die Klo war das ja, weil die Badewanne war ja hier rechts dann direkt. Es sieht alles sehr, sehr altmodisch aus, ist wie gesagt bestimmt schon 30 bis 40 Jahre alt. Ja, Leute, gegenüber von der Toilette ist dann ein weiterer Raum. Hier könnte mal ein Kinderzimmer reinkommen. Hier war halt da ein Spottenschenkel so mit Medaillen und allem, da war halt mehr so Trophäenschwank. Das Ding ist, so das Ding ist, das ist leider schon zwei, drei Jahre her, das letzte Mal dort war, deswegen verzeiht mir, wenn irgendwas falsch ist, weil ich wusste, dass da irgendwas Badezimmer war, ich nahm immer sich auf da oder da, weil es tut mir leid. Ich war dort lange nicht mehr, aber ich wollte einfach ein Video drum machen, weil ich mir dachte, ich kann auch doch einige Sachen dazu erzählen. Wunderschönes Badezimmer, wie man erkennen kann, Leute, ja, ich bin hier am Start, ist das auch auf jeden Fall ein bisschen in die Jahre gekommen und muss natürlich... Es ist zwar wie gesagt schon ein älterer Stil, aber auch ein cooler Stil, weil es ist ein Reddruckstil, hat was für diese Zeit. Früher war es eigentlich ein richtig cooler Stil. Auch renoviert werden, ich muss auch zugeben, mir ist das Badezimmer etwas zu klein, ich möchte das mal größer haben auf jeden Fall. Und da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich die Räume anders aufteile. Einfach wenig Schlafzimmer auf einer Matratze. Das ist auf jeden Fall oder soll das Schlafzimmer wert. Ich möchte natürlich hier auch andere Fenster reinhaben, die bodentief sind. Und ja, es ist jetzt aktuell für euch bestimmt noch genauso schwierig vorzustellen, wie das mal aussehen soll, wie für mich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieses Haus wird es nicht. Also, das passt irgendwie nicht ganz von der Form her oder so. Hm, gut, hab ich mein Haus zum Frühjahr im Kopf, bis was gelassen. Aber ja, dann haben wir hier noch ein Zimmer am Start. Das könnte auch noch ein begehbarer Kleiderschrank auf jeden Fall werden. Würde ich hundertprozentig fühlen. Und Leute, hier möchte ich natürlich im großen Wohnzimmer auch gerne bodentiefe Fenster haben. Und in geiler Holzoptik alles. Hätte ich doch mehr Geld. Ja, Leute, mein Haus ist auch gar nicht. Ja, hätte ich doch mehr Geld. Der Kanal ist, wenn man es so sagen würde, traurig abgestützt. Ja, das andere Kanal, wo er jetzt Kochvideos macht, hat auch nicht mehr viele Klicks. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das weitergeht aufgeregt. So klein muss ich sagen, dass alles, was ihr jetzt gesehen habt, das gibt es auch noch ein zweites Mal quasi. Und ja, wir gehen jetzt quasi in den... Das Ding ist, diese Treppe war so geil und war so ein geiler, so ein Gelass. Nicht die Gefühle, aber so ein... War also dieser richtig schöne alte Kellergeruch. Ich weiß nicht warum, der war aber geil, weil da waren nur ein Wasch, wo ich... So ein kleiner Schrank, wo man am Laden standen, sind so gerade besser gesagt... Und ja, wir sind unten am Start. Ja, Leute, hier ist quasi mein zweites Standbein am Start. Ich habe diesen Bereich vermietet, der ist quasi wohnlich. Natürlich auch schon alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ja, damit kann man gut nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und ich würde sagen, den Bereich... Das stimmt, das hat mein URO-Bauch schon gemacht. Zeige ich euch jetzt auch. Hier geht es los mit dem Wohnzimmer, beziehungsweise habe ich hier auch ein paar Betten reingepackt. Ich finde es halt auch immer geil, dass ich auf dem Bett halt immer gepennt habe früher. Und mir eigentlich auf beiden werden mir eigentlich zusammengeschoben, wenn man es ganz genau sieht. Also wenn ich in dem Zimmer halt gepennt habe früher, war halt irgendwie lustig zum Ansehen. Fernseher am Start, Couch am Start. Ich finde auch mal diesen Tisch. Solche Tische haben den richtig geilen Stil. Die sind einfach geil, diese Tische. Betten am Start. Alles, was das Herz begehrt. Ja, Leute, wir gehen dann direkt rüber in die andere Richtung. Hier haben wir, sagen, ein kleines, niedliches Badezimmer am Start mit Toilette, Dusche und so weiter. Und auf der anderen Seite eine sehr nostalgische Küche. Ich meine... Boah, das Stimmchen so zu. Wie sehr kann eine Küche eben 70er, 80er Jahre Design sein? Genau so. Ja, Leute, diese beiden Räume sind etwas uninteressant. Da soll vielleicht mal mein Gaming-Keller reinkommen. Aber, Leute, da müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen drauf warten. Da war halt ein Schlafzimmer ein kleines, wo halt mein Herzens doch meine Großwerte geschlafen haben. Das Ding hat ein wichtiges Zimmer vergessen, bin ich euch ehrlich, weil da hinten, wenn man als zurückgehen würde, dieses Zimmer hier, das war halt so ein kleiner, ein kleiner, ein großer Rappelraum im Keller. Da war, was ich weiß noch, in der Sauna drin. Also, das ist ja auch ein sehr interessanter Raum gewesen. Bin ich euch ehrlich. Ja, Leute, diese beiden Räume sind etwas uninteressant. Das war's auf jeden Fall von meiner Haustour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, wie ihr gesehen habt, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht zu hart enttäuscht. Ihr habt euch bestimmt mehr erwartet, aber ja, das ist die Wahrheit. Da, da habt ihr das Sportgerät, was so auf dem Stand ist. Aktuell mein Haus aus, relativ unfertig, relativ unspektakulär, nicht so heftig wie ein Haus von Monte. Ja, das Ding ist aber auch, das Haus von Monte. Monte ist ein Alleinstreamer, ein YouTuber-Streamer, der das alleine macht. Der Benni war ja mit einem anderen Kollegen, da musste klar sein, dass du nicht so viel Geld hast auf einmal, weil du musst es ja aufteilen, also normal wird das ja geteilt. Von all den anderen YouTubern, bei denen es richtig gut läuft, aber ja, die Realität sieht auf. Digga, er muss erst einfach als Prinzip, wenn nicht für OnlyFans. Lauf mir mitverdienst, wahrscheinlich Geld. Digga, Horror House, ich würde eher Reto sagen, weil es war ein richtig geiles Haus. ... hier noch umzusetzen ist, ich muss noch so viel Geld hier auf jeden Fall reinstecken. Ich möchte, wie gesagt, ein Infinity Pool, ich möchte hier im Wohnzimmer bodentiefe Fenster haben. Da kommt noch so viel auf mich zu. Lasst auf jeden Fall einen Like da, wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, ciao. Zwei Dinge, was ich immer dazu sagen kann zu dem Video, oder zum Allgemeines Video. Ich finde das Video cool, hat er super gemacht, ich kann es verstehen, dass er auch viele renovieren will, dass es nicht sein Stil ist, verstehe ich mir das nicht. Sie sagen, die 400.000 Euro in dem Video, was da steht als Titel, kann ich sofort abstempeln, bestätigen, das ist wahr. Ja, also ich auch sagen kann, ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, ich kann auch sagen, dass das Renovieren von dem Haus so nicht billig ist, das wird sein Geld kosten. Also, das wird schon einiges kosten, das kann ich auch so sagen. Und, das kann ich aber auch verstehen, weil das Haus, das man so ein bisschen zeitlastend Geld reinstecken möchte, ist zwar nicht verständlich, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen YouTube macht, weiß, und vielleicht auch Geld verdient hat, das habe ich noch nicht wirklich. Aber, ich kann mir schon sagen, verstehe ich auch, dass YouTube jetzt kein Hobby ist, oder kein Job, was soll dauerhaft machen kannst, weil es auf jeden, auf einen oder anderen Tag komplett im Arsch sein kann, auf gut Deutsch. Aber, ich würde jetzt einmal sagen, wir können dann langsam das Video beenden, falls, wer mir das vielleicht nicht glaubt hat, hier kann ich vielleicht noch ein Bild einblenden, wo ich ihn halt getroffen habe und so. Das war auch in dem Ort, weil ich da meine Oma zu Besuch hochgefahren bin. Ich würde sagen, Benni, das war wirklich cool, dich zum Treffen und so. Ich hoffe, es läuft immer noch, das hoffe ich für dich. Ich kann es ja nicht genau, aber ich hoffe, es läuft für dich. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen und das strike das Video durch. Danke, ciao, ciao.